Dann fass Dynamic Valve, die einfache Lösung für effizientes Heizen. Das Dynamic Valve ist eine 2-in-1-Ventilkonstruktion, eine Kombination aus thermostatischem Heizkörperventil und Differenzdruckregelung in einem Gerät. Es beinhaltet ein Regelventil mit Voreinstellung wie jedes andere thermostatische Heizkörperventil. Aber es ist auch mit einem eingebauten Differenzdruckregler ausgestattet. Um zu erklären, wie das Danfoss Dynamic Valve funktioniert, vergleichen wir es mit einem üblichen Danfoss RAN-Ventilgehäuse. Unter Volllastbedingungen ist der Volumenstrom bei beiden identisch. Der Unterschied zeigt sich im Teillastbereich. Ein ansteigender Volumenstrom fließt durch das RAN-Ventilgehäuse. Ein konstanter Volumenstrom fließt durch das Dynamic Valve. Die Nahaufnahme zeigt, was im Innern des Differenzdruckreglers im Dynamic Valve passiert. Unter Teillastbedingungen der Eintrittsdruck P1 schwankt. Der Druckregler öffnet oder schliesst entsprechend. Der Differenzdruck über dem Regelfentil P2-P3 bleibt konstant. Der Durchfluss durch das Ventil ist unabhängig von Druckschwankungen. Und eine Überversorgung wird verhindert. Das Dynamic Valve kann mit der Voreinstellung auf einen Volumenstrom zwischen 25 und 135 Liter pro Stunde eingestellt werden. Mit dem Dynamic Valve an allen Heizkörpern in der Heizungsanlage lässt sich der automatische hydraulische Abgleich sehr leicht erreichen. Mit dem Dynamic Valve und passenden Fühlern wird die Raumtemperatur automatisch und genau geregelt. Um nur einige der vielen Vorteile von Dynamic Valve zu nennen. Es ist einfach in Auslegung, Installation und in Betriebnahme. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes. Es sorgt für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb im Voll- und im Teillastbereich. Es bietet ein hohes Mass an Raumtemperaturkomfort. Dunfoss – Making Modern Living Possible 10 gruppes sindale Schicksals Musik Kurde